Für den Online-Flugfunkkurs BZF und AZF auf fluglehrer-team.de haben wir die heutige Artis. Wir fliegen vom Flughafen Berlin-Brandenburg und starten dort von der Piste 25 rechts zum Flughafen Köln-Bonn und landen dort auf der Piste 32 rechts. Jetzt schnell noch anmelden zum Online-Flugfunkkurs von fluglehrer-team.de. Berlin-Brandenburg Information Alpha Metroport Time 19042. Inbound Traffic Expect ILS Approach Runway 25, Departing Traffic Runway 25, Transition Level 70, Wind 190 degrees 11 knots, Visibility 3700 m, Light Snow and Mist, Clouds View at 1200, Brokernit 3000, Brokernit 3700, Temperature minus 02 degrees, Dewpoint minus 04 degrees, Q&H 1002 hektar-team, Temporary Change, Brokernit 4000, Berlin-Brandenburg Information Alpha, Out. Berlin-Brandenburg Information Alpha Metroport Time 19042. Inbound Traffic Expect ILS Approach Runway 25, Departing Traffic Runway 25, Transition Level 70, Wind 190 degrees 11 knots, Visibility 3700 m, Light Snow and Mist, Clouds View at 1200, Brokernit 3000, Brokernit 3700, Temperature minus 02 degrees, Dewpoint minus 04 degrees, Q&H 1002 hektar-team, Temporary Change, Brokernit 4000, Berlin-Brandenburg Information Alpha, Out. Sie haben noch immer nicht die richtige Möglichkeit gefunden für ein eigenes seriöses Online-Business. Dann sollten Sie es in Erwägung ziehen, ein Teil unseres Vertriebs- und Lieferanten-Netzwerkes mit Shop-Funktion zu werden. Kein Grundkapital erforderlich, keine Investition, kein Warenbestand, kein Versand, keine Katerquese, keine versteckten Kosten. Kostenfreie Schulung und Betreuung. Optimal für alle, die bequem bei freier Zeiteinteilung von zu Hause Ihr Online-Business durchführen wollen. Feste Betriebskosten von nur 59 Euro plus Mehrwertsteuer im Monat und etwa eine Stunde an Zeitaufwand am Tag. Ein echtes Win-Win-Angebot, wo Sie einmal der Gewinner sind. Klicken Sie einfach auf den unten angezeigten Button oder rufen Sie uns unverbindlich für eine Beratung an. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielleicht sind auch Sie endlich bald der Gewinner im Online-Business. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017